Vor drei Monaten habe ich in meinem Vorgarten Rasen gemäht. Dann kam der Postbote mit einem Brief von der Armee. Und jetzt bin ich hier. Und ich habe keine Ahnung, wohin mich das führen wird. Was ist dir passiert? Auf manche Fragen will man keine Antworten. Beuys, finde raus, was die da unten treiben. Was ist das? Sie experimentieren mit Menschen. Das ist nicht unser Auftrag. Wir müssen sie retten. Feuer! Was ist das? Ein tausendjähriges Reich. Verlangt nach tausendjährigen Soldaten. Was hast du mit mir gemacht? Was ist hinter dieser Mauer? Was macht ihr mit diesen Menschen? Ihnen wurde eine Bestimmung geschenkt. Sie sind weg.